Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute Abend zum Gebet am 19. Mai. Micha aus Moreschett war ein wortgewaltiger Mann. Er hatte prophetische Gaben. Er konnte erfassen, welche Folge das Tun der Menschen hat, Gutes und Böses. Und so kritisierte er scharf Unrecht und Korruption und stellte sich immer auf die Seite der Schwachen. Auf die Seite der Menschen, die unrecht hilflos ausgeliefert waren. Micha wusste, wer das Recht mit Füßen tritt, der macht die Schwachen schutzlos. Wer das Recht bricht, bricht mit Gott. Und er geht noch weiter, wer mit Gott bricht, verliert seine Zukunft. Micha aus Moreschett war ein Prophet, ein wortgewaltiger Mann. Er erinnert uns daran, worauf es in unserem Leben ankommt, wonach wir uns richten, woran wir uns halten sollen. Er sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott bei dir sucht, Und nichts anderes als Recht üben, Freundlichkeit lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Das sind für Micha die grundlegenden Voraussetzungen für unser Zusammenleben. Dass wir Recht üben, die Freundlichkeit lieben und aufmerksam mitgehen mit unserem Gott. Dann können Schwerter zu Flugscharen werden. Dann muss es kein böses Wort mehr zwischen uns geben. Dann können wir uns mit für andere freuen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott bei dir sucht, nichts anderes als Recht üben. Das ist das Erste. Recht üben. Vielleicht so. Von einem König wird erzählt, er habe ein Gerichtsurteil unterschreiben sollen. Der Richter ist zu dem Schluss gekommen, Gnade unmöglich im Gefängnis lassen. Dem König aber ist nicht wohl bei der Sache. Der Verurteilte hat Frau und Kinder. Was für eine Zukunft bliebe der Familie. So von Mitgefühl bewegt, ändert der König das Urteil. Er verschiebt nur ein Komma. Gnade, Komma. Unmöglich im Gefängnis lassen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott bei dir sucht, nichts anderes als Recht üben. Aber nicht auf Gedeih und Verderb Recht haben wollen, sondern bereit sein zur Vergebung und zum Neubeginn, an dessen Anfang diese Worte stehen können. Gib Mut zum Händereichen, zur Rede, die nicht lügt. Und mach Gott aus uns ein Zeichen dafür, dass Friede siegt. Auch an diesem Abend möchte ich beten. Gott, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind. Für alle, die von Angst überwältigt sind. Um Frieden inmitten des Sturms. Um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die noch in Quarantäne sein müssen. Die sich einsam fühlen und noch immer, liebe Menschen, nicht umarmen können. Berühr du Herzen mit deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie mehr und mehr abschwillt. Dass die Zahlen mehr und mehr zurückgehen. Dass die Normalität in unseren Alltag mehr und mehr wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. Dass du allein ewig bist. Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was so oft laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Danke, Gott. Und wir beten zu dir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns. Segne den Himmel über uns und die Erde unter uns. Segne die Freunde um uns herum. Segne dein Ebenbild in uns. und segne bitte den Weg, der vor uns liegt. Amen. 泡zeltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelteltelt Vielen Dank.